Ja, verliebt, verlobt, verheiratet, mein Schatz. Den ersten Teil habe ich schon mal geklärt. Ja, hier sind Katja und Dennis von Die Bachelors. Wir sprechen jetzt über die Staffel und natürlich über die Zeit nach der Show. Ja, wir haben ein paar Fragen für euch vorbereitet und wollen diese ganz gerne mit euch teilen. Wir kommen ja gerade aus der Aufzeichnung von der Wiedersehen-Show und wie war es denn eigentlich für uns? Ja, es war schon komisch auch erstmal im ersten Moment wieder alle auf einmal wiederzusehen. Also es hat schon ein bisschen was Klassentreffen-Charaktermäßiges gehabt, aber in erster Linie waren es natürlich sehr, sehr gemischte Gefühle, weil ja noch ganz, ganz viele Fragezeichen auch im Raum standen. Und du warst ja auch sehr ruhig eigentlich an diesem Abend. Warum eigentlich? Ja, ich war auch mega nervös und auch total gespannt, die Mädels wiederzusehen und wusste natürlich auch nicht, wie die auf uns, auf dich, auf mich reagieren. Und deswegen habe ich einfach mal gespannt zugehört, war natürlich auch, ja, war natürlich auch gespannt, was die Mädels so zu sagen hatten, die gegenüber. Und ja, ich habe mich in dem Setting nicht ganz so wohl gefühlt. Also irgendwie war ich natürlich auch super eng mit deinen Favoritinnen und es ist natürlich ein komisches Gefühl, dann doch daneben zu sitzen und ja, dann nochmal eure Kommunikation irgendwie mit zu verfolgen. Aber letzten Endes, ja, war es auch okay alles. Also endlich geschafft der Tag und jetzt kann man nach vorne blicken. Und ja, wie war es denn eigentlich für dich, auf Rebecca wiederzutreffen? Auf Rebecca? Ja, es war komisch. Also, weil der letzte Moment war ja wirklich tatsächlich der, als ich sie verabschiedet habe, in die Lämosine gesetzt habe und die Tür zugeknallt habe. Also, ja, ist dann schon merkwürdig, weil man hat ja auch mit ihr sehr, sehr viel erlebt, geteilt. Und ja, da waren wahrscheinlich auch noch irgendwo, ja, war wahrscheinlich auch ihr Herz auch ein bisschen dann doch bearbeitet nach diesem Finale. Und wusste jetzt auch nicht so recht, wie ich auf sie reagieren sollte. Ja, war es eigentlich schwer für dich, im Finale die Worte zu wählen, die du gewählt hast? Ja, schon. Also, vor allem, man erzählt ja auch von dieser schönen Zeit und ich glaube, in diesem Moment steigt auch die Erwartungshaltung nochmal bei ihr an. Also, speziell bei Rebecca. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich eigentlich bis zum letzten Moment sogar sicher gefühlt hat, die letzte Rose zu bekommen. Ja, am Anfang ist ja meistens immer alles schön und dann kommt der Switch, ja. Genau, und der Switch, den einzuleiten und dann, ja, auch ihren sprachlosen Gesichtsausdruck zu sehen, boah, das war schon kein angenehmer Moment. Und da die richtigen Worte zu treffen, ist jetzt eine, sag ich mal, der schwierigeren Aufgaben der ganzen Reise. Ja, voll. Das glaube ich. Aber gehört auch irgendwo mit dazu. Man muss einfach da ehrlich bleiben. Und ja, letztendlich habe ich ja einfach versucht, auch zu sagen, warum es einfach dann nicht gereicht hat. Ja. Und jetzt so rückblickend zu der ganzen Zeit, wie stehst du jetzt zu Rebecca? Ja, Rebecca und ich haben uns ja während der ganzen Staffel sehr gut verstanden. Also, wir waren auch Gym Buddies und ich habe auch gewisse Ähnlichkeiten natürlich auch gesehen, das weißt du ja auch. Und meine Intuition hat mir schon gesagt, dass ich mit Rebecca im Finale stehen werde. Also, irgendwie wusste ich das auf einen gewissen Punkt. Ja, ich wusste es einfach. Und ja. Was habe ich da so sicher gemacht? Naja, man merkt ja auch die Gespräche zwischen euch und die Blicke und wie ihr dann auch miteinander seid. Und ja, ich weiß nicht. Also, ich mochte Rebecca sehr gerne oder mag sie sehr gerne. Und sie hat mich auch in einer gewissen Art und Weise inspiriert. Und zwar irgendwie auch, ich hätte mich eher gewundert, wenn eine andere Frau im Finale steht, weißt du? Da wusste ich einfach, okay, entweder sie oder ich. Ja, soll das ja recht behalten werden. Und als du dann das Finale jetzt selber auch mal angeschaut hast, hast du dann auch ein bisschen mit ihr mitgelitten? Ja, wir haben ja das Finale zusammen bei der Wiedersehen-Show geguckt mit allen Mädels. Und das war schon, also ich habe richtig mitgefühlt, weil mir, weil ich, ich habe einfach gefühlt, was sie fühlt, weil es mir ja nicht anders erging am Finale-Tag. Also ich war auch, mir ging es auch gar nicht gut und ich war auch super nervös. Und dann zu sehen, wie sie ins Auto steigt und enttäuscht ist und dann auch weint, das war schon, das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, ehrlich gesagt. Ja, mich tatsächlich auch. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, wie sehr sie da auch drunter gelitten hat. Das geht nie spurlos an einem vorbei, vor allem, wenn man es selber verursacht hat. Ja, vor allem hätte es ja auch mich, es hätte ja auch genauso mich treffen können. Deswegen, ja, habe ich schon sehr mitgelitten, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, kommen wir mal zu der Entschuldigung von Larissa. Was sagst du eigentlich dazu? Ihr habt ja im Nach, also ihr habt ja auch nochmal per Nachrichten kommuniziert, beziehungsweise Larissa hat dich ja kontaktiert. Kam da im Nachhinein noch was oder? Ja, ich kann mir vorstellen, sie war, glaube ich, selbst überrascht, als sie sich im Fernsehen gesehen hat und das gezeigt wurde, was sie da abgelassen hat. Und ja, sie hat mir da dann recht schnell eigentlich eine Nachricht geschrieben, dass es ihr sehr, sehr leid tut, hat sich versucht nochmal für die Situation ein bisschen recht zu fertigen, hat gesagt, ja, dass sie sich irgendwie in der Situation provoziert gefühlt hat von mir. Und ja, sie gedacht hat, ich hätte da jetzt nochmal irgendwie versucht, bei ihr was auszulösen, was aber wirklich reine Fehlinterpretation war. Und ja, ich bin kein Mensch, ich möchte nicht lange mit jemandem auf Kriegsfuß sein, ja, also ich kann einfach nur für sie hoffen, dass sie von keinem Menschen in ihrem Leben das Ego kleintrampeln muss, auch in Zukunft nicht. Und der Satz war wirklich drüber, das weiß sie selbst, aber ja, da habe ich jetzt die Entschuldigung angenommen und dann ist es auch wieder gut. Ich habe ja sonst noch nichts weiter mit der Larissa zu tun, also von dem her ist es okay für mich. Und ich habe ihr eigentlich in diesem Moment damals, ja, nur ein bisschen mehr Rückenwind ihr und dem Sebastian gegenüber wünschen wollen. Schade, dass das damals dann so komplett in den falschen Hals geraten ist. Ja, du hast dich ja auch mit Sebastian super gut verstanden zu dem Zeitpunkt. Also, mir wäre es im Traum nicht eingefallen, da jetzt Larissa nochmal groß hier anzuflirten, sondern ich wollte da eher noch ein bisschen mehr motivieren, dass die beiden noch ein bisschen mehr in die Pütte kommen. Ja, du hast dich ja mit Sebastian richtig, richtig gut verstanden schon zu der Zeit. Wie ist das jetzt, der Kontakt? Also, führt dir das weiter fort? Ja, unverändert. Also, Sebastian und ich hatten einfach eine gigantische Zeit zusammen. Wir hatten diesen genialen Austausch miteinander und genauso ist es auch jetzt nach der Sendung. Wir telefonieren fast täglich miteinander und das Schöne ist ja, auch durch die ganzen Events sieht man sich regelmäßig. Also, wir müssen uns gar nicht anstrengen und haben immer wieder den Kontakt zueinander und das ist super. Weil rückblickend betrachtet, nehmen wir mal an, da wäre jetzt jemand gewesen, mit dem ich mich nicht gut verstanden hätte, dann hätte es auch komplett nach hinten losgehen können. Und auch jetzt diese ganzen Treffen und Wiedersehensshows, Events, wenn wir dann doch zusammen irgendwo, weil die Sendung heißt nun mal die Bachelors, wir sind zwei. Ja. Und dann ist ja ganz klar, dass wir hier und da den Auftritt gemeinsam auch haben. Und wenn das jetzt eine Person wäre, die ich überhaupt nicht ausstehen könnte, das wäre, boah. Ja, aber so eine Reise schweißt ja auch zusammen, also ich glaube… Ja, schon, aber trotzdem, irgendwie dieser spezielle Gegensatz, nennen wir es jetzt einfach mal laut und leise, hat da einfach wirklich super zusammengepasst. Und auch, ja, Sebastian ist einfach ein super Kerl, habe ich echt ins Herz geschlossen und freut mich, dass der Kontakt, und hoffe auch, dass der Kontakt weiter so bestehen bleibt. Hast du eigentlich was überrascht, als du Larissa im Finale gesehen hast?